Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 13 des Programmierkurses Java. In dieser Unterrichtseinheit werden wir uns mit Typen, Operatoren und Ausdrücken auseinandersetzen. Wir kennen ja bereits den Datentyp Int. Wir haben gesehen, wie man mit Daten dieses Datentyps, also ganzen Zahlen, arbeiten kann über entsprechende Operatoren, wie man Ausdrücke bilden kann. Und wir werden in dieser Unterrichtseinheit neue Typen, weitere Typen kennenlernen und das, was wir zu Operatoren und Ausdrücken schon kennen, verallgemeinern auf entsprechend diese Typen, die Java zur Verfügung stellt.